Oh, das ist was Größeres. So was brauchen wir nicht. Wie kommt man denn hier rein? Gar nicht, richtig? Nur über den Haupteingang, der überwacht wird. Ich denke nach. Moment. Wir sollten uns echt irgendwo einfach einen Heli krallen in der Stadt, wenn wir einen sehen. Das wäre so viel einfacher. Das ist aber ein großer Hirsch da. Was ist mit dem Parkplatz? Kommen wir da durch? Restricted Area. Die Frage ist, jetzt sieht uns jemand. Wir gehen mal einfach so rein, also gehöre uns die Welt. Mal gucken, was passiert. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. hier ich glaube das wird nix gut gemacht Michael das sind wieder Hirsche das nützt nix ist das ne Militärbasis das ist mir schon klar schade ja ich renne ein Stück mit euch das nützt zwar nix aber egal ich brauche einen neuen Wagen rein hier komme ich nicht ich muss mir das ist ne Militärbasis wie es aussieht äh doch was anderes suchen aber das sind Autos da ich hier sowieso nicht reinkomme das sind keine Autos das sind Büsche es sind Büsche keine Autos na das wird lustig noch nem Heli zu suchen dann beim Krankenhaus ist ganz oft einer aber wurde noch da sind Autos aber es ist wie der Parkplatz richtig wo ich nur reinkomme wenn ich an dem Typen vorbeigehe man hört sie sieht sie aber nicht ja da sind wir wieder ja mit der Waffe im Anschlag und ich kann ihn bestimmt nicht hier sonst werde ich entdeckt wir können es ja probieren ja jetzt habe ich ein Problem fuck you fuck you ja genau was macht ihr da ihr solltet euch nicht gegenseitig erschießen nur mich hallo au ja ja na komm wenn ihr mich umbringt dann ist schon richtig wir schwimmen mal ein Stück hier lang ein Hubschrauber ist auch da na komm schaltet mich aus damit ich zurück in die Stadt kann so geht es vielleicht schneller das werde ich nicht übersetzen was sie sagten na komm bringt mich um ein Schuss noch zwei Schuss hat keiner von dir äh von uns erwartet oder wollte keiner von uns machen man so wo bin ich zum ersten Mal im Krankenhaus cool das erste Mal im Spiel im Krankenhaus witzig so wie komm ich eventuell aufs Dach gibt es irgendwo eine Leiter unwahrscheinlich wie komm ich dann an einen Heli dran kann ich von der Flugschule vielleicht ein Heli klauen ich glaube nicht da ist ein Zeppelin Zeppelin Zeppeline kann ich nicht gebrauchen wir sind zum ersten Mal im Krankenhaus hier gewesen na ich glaube das ist gar nicht weil ich glaube das erste Mal waren wir ähm ähm in der Wüste als wir das erste Mal Trevor begegnet sind richtig so wir gehen jetzt mal dorthin mal gucken ob es da vielleicht Helis gibt irgendwo muss man ja einen Heli finden Schnauze das ist so knapp ich halte immer noch ausschaue ob ich nicht irgendwo doch noch einen Heli finde deswegen achte ich nicht so auf die Straße mhm we brauchen ein fucking Heli I'm so excited and I just can't hide it I know I know I know I know I love us Hubschrauber wir sind wieder wo denn ich höre dich seh dich nur nicht das ist ein Flughafen wir sind wieder in einem da ist ein Flugzeug nicht der Flughafen der Flughafen kann nicht fliegen so rum wir sind wieder in einem Flughafen aber ich brauche einen Hubschrauber sorry smell the part 9 danke wo fahren wir denn jetzt hin da war doch ein Hubschrauber ähm Flughafen warte ach wir sind sogar sowieso in der Nähe ist also egal dann sehen wir uns hier mal ein bisschen um jetzt im Helm entschuldigung können wir nicht einfach einen Flieger nehmen und ganz weit weg fliegen wir haben eh nichts mehr keine Familie ich hätte fast die ganzen Leute mitgenommen hohohohoho ähm keine Familie keine Freunde alle wollen uns verarschen komm ich dir mal warte das war das Schild was mich so orientiert hatte hier rein ist ein Parkplatz aber egal ähm so steigen wir aus so wo könnte man denn einen Flughafen finden ach Flughafen wir sind am Flughafen ich meine einen Hubschrauber wir waren es nicht ja wir sind ein Stück zu weit gegangen passiert halt wo ist das denn wo wir fliegen lernen können wir gehen da mal hin mal gucken ob dort Hubschraubschraubs sind die Augen halten wir natürlich weiterhin offen ich wollte aber auch gleich irgendwann Schluss machen hallo car parking ok Los Santos International Airport yes Frage ist jetzt wie kommen wir da rein oh wir kommen so rein cool ähm ich war noch nie in dem Airport hier in GTA iFruit nein naja wir sind mittlerweile bei 20 angelangt oder so ist das cool ich war hier noch nie drin die U-Bahn hab ich so oft geradet schon aber hier war ich noch nie ja ich ver pass mein Flug deswegen beile ich mich so was ist mit dem Police Officer ach ich bin in der bin zu tief gegangen das wollte ich natürlich nicht hier dann auch hier dann auch misbehave ok wir sind vom Flughafen eben in die Metro alle Terminals sind irgendwie geschlossen dann nehme ich es zurück mit oh wie cool weil wir sind in der Metro da war ich schon keine Ahnung wie oft drin macht's erst recht geht ganz nah dran an die ähm Kante von der Plattform nein tut's nicht always the top ja Terry on the top bitte nehmt mich immer ernst was ich sage gut dann müssen wir einen anderen Weg dorthin finden da kommen wir nicht rein nur Polizisten ich suche keinen Stress ich suche nur wo ich fliegen kann und eventuell einen Hubschrauber abstorben what nein hi kann ich dich irgendwie ausschalten ich raste aus na das klappt ja hervorragend Hubschrauber 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 schnell Michael schnell 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 da ist ein Hubschrauber schnell krallen und weg mit uns jetzt weiß ich mal wer nicht wie wir hoch runter wie auch immer kommen okay das weiß ich doch noch und ich glaube mit den Pfeiltasten nein nicht mit den Pfeiltasten damit ich habe keinen Schimmer wo ich hinfliegen muss ja bitte verliert mich 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 die habe ich verloren yes oh danke jetzt muss ich nur noch wissen wo ich hin muss wir haben meinen Hubschrauber wir haben meinen Hubschrauber in der Theorie wie es in der Praxis aussieht weiß ich nicht ich sehe auch leider nicht wo wir damit hin müssen wir versuchen mal dort zu landen würde ich sagen und dann orientieren wir uns ja und wenn es der Parkplatz ist dann ist es der Parkplatz ist mir auch egal ah ein Casino sehr schön haben wir zufälligerweise auch ein Spielproblem ganz vorsichtig wo müssen wir hin was ist das da kommen wir her da will ich nicht hin wo war das denn wo Lester ach Trevor seinen Flughafen hat wo war das denn nochmal sagt nicht da heißt der Yoga können wir dem echt was ist das Dart wir können Dart spielen aha vielleicht sollten wir erstmal es hört sich doof an aber nach Hause fliegen wenn ich den Home finde da wir können auch zu Hause Yoga machen wir können auch zu Hause Yoga machen okay okay nehmen wir Kurs auf ja nehmen wir Kurs auf wir müssen vielleicht noch ein Stückchen höher sonst nehmen wir die Bäume gleich mit mal gucken ob wir das schaffen dann haben wir einen Hubschrauber wer wird zu Hause damit landen können wir müssen das doch mit Michael machen oder müssen wir das mit Trevor oder ist das eventuell egal bitte lass es egal sein mit wem wir ihn äh dann muss ich schnell Hubschrabschrapp holen das wäre mir deutlich lieber müssen wir Ausschau halten nach unserem Zuhause ich glaube das ist das ja jetzt sehe ich es das ist es da landen wir jetzt mit unserem neuen Gefährt nein wir nehmen das Haus nicht mit okay wir landen auf dem Haus wir sind noch auf dem Dach so eine verdammte Drecksscheiße wir müssen aufpassen das kann uns nämlich auch den Kopf absägen so wie kommen wir jetzt hier runter ohne uns zu verletzen und vielleicht sollten wir den eben noch runterfahren aber nur mal eben so scheiße jetzt haben wir einen Hubschrabschrapp ich weiß nur nicht wie lange wir den haben werden wir speichern eben mal eigentlich wollte ich nämlich jetzt bänden ich will den Hubschrabschrapp behalten er könnte uns wichtig sein ja ein großes leeres Haus das ist wohl wahr wir haben nichts geschafft doch wir haben das U-Boot und eventuell ein Hubschrabschrapp I'm not sure about it wir wollen eben einmal speichern und dann wechseln wir noch einmal zu Trevor wir haben das Spiel bereits gespeichert vielen Dank vielen Dank